Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor kurzem mal auf Instagram gefragt, was ihr euch so für Videos wünscht und da kam häufig der Vorschlag, dass ich mal mit Gia ins Gelände gehen könnte und deswegen machen wir das heute. Ich habe vor, in den Wald zu gehen, der ist ein bisschen weiter weg, deswegen bin ich da relativ selten, aber heute habe ich mal Zeit und ich nehme euch da einfach ein bisschen mit. Wir trenzen Gia jetzt erstmal und dann geht's los. So, wir müssen jetzt hier den ganzen Weg lang laufen und hinter der Bergkuppe ist dann der Wald und da wollen wir heute hin. Ich bin jetzt ungefähr eine Viertelstunde unterwegs und hier ist schon der Wald, also schon, aber noch so ungefähr zehn Minuten und dann bin ich da. So, hier sind wir jetzt und da ist der Eingang, wo wer rein möchte. Das ist kein richtiger Weg, aber so ein Trampelpfad, den ich irgendwann mal entdeckt habe und da hinten dran ist ein echt schöner Weg, wenn man sich mal durch das Gestrüpp durchgekämpft hat. So, ich bin jetzt auf einem richtigen Weg angekommen und der ist aber auch mega schön. Rechts sind jetzt immer so kleine Wege, die nicht richtige Wege sind, sondern eher so Pfade und da suchen wir uns mal irgendeinen schönen aus. Ich liebe jetzt. So, ich habe jetzt zwar nicht so viele Sprünge gefunden, dafür aber ein paar sehr schöne Wege. Und ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg, weil es inzwischen relativ spät ist und auch nicht mehr so warm. Ich bin jetzt wieder am Anfang angekommen, also am Anfang vom Wald. Und das, dieser kleine Fahrrad, wo man rauskommt. So, ich mache mich jetzt relativ schnell auf den Heimweg, weil es nämlich ein bisschen nach Regen aussieht. Ja, ich hoffe mal, ich werde nicht nass, aber es sollte noch klappen. So, ich hoffe mal, ich werde nicht nass. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es hat dann doch angefangen zu regnen und ich wurde ein bisschen nass, aber es ging noch. Also ich habe dann aber nichts mehr mitgefilmt, weil ich dann eben einfach schnell nach Hause gegangen bin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.